Und da aller guten Dinge dreise noch ein Testvideo mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra im HDR10 Plus Modus. Das müsste auch 4K 60fps sein, wenn mich nicht alles täuscht. Einmal direkt in die Sonne, einmal aufs Feld, Fokus, 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 Fokus. Einmal nach unten, einmal nach oben und erneut in die Richtung. Ich bewege mich und wie auch bei den anderen Modi kann man auch hier die Objektive während der Aufnahme nicht wechseln, was ich schade finde.